Hilde Gardeneff Niemand hat Sie kalt gelassen. Ja, ja. Ja, sehr verehrte, gnädige Frau. Sie sind vor wenigen Stunden in Berlin gestorben. Mein tiefempfundenes Beileid. Es ist so ein Quatsch. Seit Jahren habe ich mich nicht mehr so gut gefühlt. Wer sind Sie? Ihr größter Verehrer. Was macht mein Management? Wer kümmert sich? Ich? Was? Künstlermanagement gehört zu meinen Kernkompetenzen. Ich habe Hollywood-Stats, Opernsänger von Weltrund, Schriftsteller, Maler, Musiker, Tätzer. Das ist alles meine Klientel. Darf ich mich vorstellen? Mephisto, mein Name, Teufel von Beruf. Der Teufel persönlich. Managt ab sofort Hilgert Neff. Ja, tolle Schlagzeile. Und tschüss, Witzbold. Aber schön war es doch. Aber schön war es doch. Und ich möcht' das noch einmal erleben. Du bist ein böses Mädchen. Und ich liebe böse Mädchen. Eins und eins, das macht zwei. Herz ist immer dabei. Und wenn du gelüttest, dann sind es zwei. Das Rezept wird keiner erfinden. Das wird keiner ergründen.